Willkommen zu Jackson World. Hallo Leute, heute zeige ich euch zwei Ranger Cheeks. Das hier ist Green und das hier ist die Farbe Desert. Jetzt packe ich sie mal aus. Wir haben vor ein Krokodil zu fangen. Mit diesem Fahrzeug machen wir die Safari, denn wir schicken einen Forscher-Krieg aus. Diese Fahrzeuge sind besonders gut dafür geeignet. Ein Land Rover, man sagt auch Landy und der Trieb Rubicon. Den haben wir eigentlich geschafft, den zum Monster-Safari-Krieg umzubauen. Das machen wir im Nest-Krokodil gefunden und gefangen. Und das soll zu Forschungszwecken in den Zoo. So, machen wir ihn mal aus. So, machen wir ihn mal aus. Ist ja irgendwas festgemacht. Na toll. Ich muss jetzt erstmal raus. So sieht er Landy aus. Das Wort heißt, dass er einen großen Dachgepäck hat. Man sagt auch Wolf-Wack. Ich möchte mal sehen, ob das... Wenn man den Kühl dann aufmacht, wenn der Täler dran ist, mit ganz fester Kraft, dann hat man das Täler gleich. So, ich... 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 Das... Brauchen wir das noch. Wir haben schon ein Forscher-Team. Nämlich die Dinosaurier-Forscher. So sieht der Landy aus. Hopp. Jetzt könnt ihr mal alle Funktionen sehen. Ich glaube, das ist der DD5-Motor. Das ist der Monster-Buddy. Das bauen wir so um als Monster-Safari-Buddy. Und jetzt öffne ich ihn mal. Hm. 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 So sieht der andere Jeep aus. Ist auch cool. Jetzt hol ich ihn mal wieder auf. Und nach diesen haben wir jetzt aber blöd gemacht. Zwei war solche. Ha. Auch den noch. Oh, die Puderhefte. Guck mal, was bei denen dabei war. Der Aufkleber sind natürlich wichtig. Und gibt es einen Schlusszug aufs Rad. Oder man einen Witzkunden gekriegt hat. Hab. Jetzt. Das Nummernschild. Bringst der Tinten und vorne eins. Beat. Guck mal, wie gut die Sänger kippt. Äh. Guck mal, wie gut ich es gemacht hat. Untertitelung. BR 2018